ich habe an diesem tag sehr viel geweint da wurde ne nerdquist frage eingelöst ich raste hier aus wirklich ich erzähl dir mein ey auch wenn das lustig ist aber ich habe an dem tag viel geweint ich habe voll kopfschmerzen vom lachen gerade ich habe viel geweint an dem tag ich habe einen kumpel der sagt das ist nicht zu reden scheiße